Du, weil du nicht da warst. Dankeschön, Timo. Ach, freut auch. Ich möchte ganz ehrlich sein. War ja gerne. Dankeschön. Aber ich finde die alte Stimme von dem Punkt wieder besser. Jetzt haben wir besser angeführt. September. Oh nein, im August. Ich muss sehen. Was? Ich muss sehen. Nummer 20. Dankeschön, Adidas. Nummer 20. Nummer 20. Nummer 20. Okay, Leute. 10.000 haben wir geschafft. Jetzt kommt. 21. August. Ehrlich. Das ist eine Lüge. Nummer 20. Nummer 50. Was? Leute. 20.000 reines. Let's go. Was hast du gerade fixiert? Hä? Hansi, noch ein Quartal. So, Lukas, danke schön. So, Leute, die Klicke rein. Oder irgendwie jetzt oder so. Gummis, du musst mitmachen. Einmal bei Lukas, bitte. So, Lukas, danke schön. Lukas, danke schön. Stoffer können die Klicke rein. Das ist meine Frau, schon. Dankeschön. Die markieren. Lukas, Dankeschön. Wie lange brauchst du? Ja. Genau, oder den LPP-Sticker. Dankeschön. Ja, ich versuch den Leuten ja beizubringen, wie sie auch. Dankeschön. Aber irgendwie klappt es nicht so. Dankeschön. Ich bin immer noch nicht registriert für dieses Video. Wie sagt man Danke? Also eigentlich muss ich nicht Danke sagen, aber die Leute wissen ja auch was. Also die müssen ja gut machen. Ja. Ja. Also es ist meistens auf ein Danke, wenn alle Herzen reinmachen. Die Oremmel sind снят verabschieden. Ja. Also siehst du? Ja. Dann sind wir ja auch mal vielleicht erstellt. Wie lange auch mal geht's? Ja. Wie lange ist es? Ja. Ja. Ich glaube, der weiß, dass man dafür abonnieren muss. Falls du ihn meinst. Herzlichen Dankeschön. Ja, das ist ein Gefühl. Äh, TikTok mache ich schon sein Zweier. Was? Und ich bin 20 Jahre alt. Ich habe mich an die Leute alle kamen. Und ja, ein, 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 ein ganz schlimmer. Ein paar Tage hatte ich, wusste gar nicht, was ich mit meinen Haaren mache. So ist es irgendwo angefangen. Und da hat es sich aber ein ganz gemacht. So ein Streckenhaus. Die wieder hoch reingestellt in den Kopf. Ich muss ja irgendwas machen, weil sonst kann ich nicht rein gehen. Anzeige an TikTok. Also ich bin auch 20. Das ist nicht aufgefallen. Ja, passiert. Ja, ich habe auch nicht so die, äh, größte Reichweite oder das größte Glück bei TikTok. Ja, das ist so. Das war so. Ja, das ist so. Nein, nein. Ja, meine Kinder. Nein, nein. Ja, das ist auch nichts. Es geht halt nicht anders, weil die Jacke nicht viel hat. Also, die ist nur eigentlich noch so. Ja, die ist echt nicht so. Ja, die Schuhe. Ja, die hat ja so. Ja, das ist so schwer. Nein, nein, es geht. Wie Person, die blockiert das? Oder wem meint's du? Ich hab nicht das größte Glück bei J-Doc, weil wir haben über den Shadow-Man. Also, alle haben oft diese Blöde vor J-Doc, nur mir nicht. Alles gut. Da haben wir nicht verstanden, wie du meintest. Was heißt ohne Hilfe? Du musst einfach irgendwas Männliches machen. Ich will dich blamieren oder, keine Ahnung, Minder oder sonst was machen, nur damit du irgendwie mein Zuschauer und ein bisschen zu offen hast. Aber ich will mich nicht blamieren, verstellen oder sonst was. Was braucht man da? Man braucht eigentlich gar nix außer zum Showers. Man braucht jetzt die Magic-Doc ist ja nicht anders. Kisten, aber Kisten holen halt meist. Hey, Knoton-Eisen, ja. Und zu sehen, was macht man ungefähr ein paar Kurve über YouTube. Ein paar Likes und dann natürlich die Anliste im Borstum. Oh, wir wollen nicht drüber reden. Also, die ganzen Leute hier...